zweiter fahrt stein berglein gleich steinig los und schnell ich nehme immer die speedvoll weg ich habe gerade einen Stein ausgewichen ich habe einen Kusenstaden Das war's. Oh ja das kann man aber hier echt gut üben wenn ich jetzt nicht hier gefühlt mich nicht verbessere ich bin drauf ich bin drauf ich bin drauf ja da kommt schon echt coole drops aber im ersten trail für heute vor allem das erste mal auf den trail will ich den bisschen langsamer angehen das wird jetzt schneller und steiler gut 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 das ist eine soziale truppe die wir die warten so eine verschraubpause ja es geht schon so lang